Das mache ich gern. Mein Name ist Alexandra Scholz. Ich bin Verkäuferin für die Gebrauchtwagentransporter hier bei der Kroma Automobile. Wie lange gibt es eigentlich Mercedes-Benz Groma Automobile? Die Kroma hier gibt es seit Dezember 1995. Welche Modelle stehen bei Ihnen im Autohaus besonders im Mittelpunkt? Also bevorzugt hier wird jetzt natürlich jedes Modell. Hier steht jedes Modell im Vordergrund. Sei es der Kleinwagen oder der Sportwagen. Ich persönlich bin die Verkäuferin für die gebrauchten Transporter. Deswegen stehen die natürlich bei mir im Vordergrund. Bauklasse, Brinter, Vito, alles was Transporter ist oder Großraumlimousine. Wie lange arbeiten Sie schon mit Larte Design zusammen? Wir arbeiten mit Larte seit Ende 2018 zusammen. Das erste Projekt war eine V-Klasse und weil die so gut ankam, folgten dann noch direkt drei andere. Wie beurteilen Sie die Kooperation mit Larte Design? Die Zusammenarbeit mit Larte Design ist spitzenmäßig. Es läuft alles ganz unkompliziert für uns als Kroma Automobile. Die planmäßigen Termine werden eingehalten, die Arbeiten ganz selbstständig ausgeführt, die Arbeiten werden sauber gemacht. Wir haben dadurch auch einen breiteren Kundenkreis gewonnen, einfach weil man mit den umgebauten Fahrzeugen mehr Kunden anspricht. Jedes Fahrzeug ist ein einziges Stück und wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Erlauben Sie auch das Umbau von anderen Fahrzeugen mit Larte Design? Ja, es ist eine Planung. Wir haben auf dem Plan mal einen Sprinter umzubauen, ein GLE QP X-Klasse und das sind jetzt so die Projekte, die wir geplant haben. Was gefällt Ihnen eigentlich bei der Zusammenarbeit mit Larte Design? Die Zusammenarbeit mit Larte klappt sehr gut, die Zusammenarbeit. Es ist immer pünktlich, es ist für uns ganz unkompliziert. Wir schicken einfach nur den Fahrzeugtyp hin. Es werden die Teile direkt dafür angefertigt. Nach kurzer vorheriger Absprache kommt der Monteur, der ganz selbstständig das Fahrzeug in sechs bis sieben Stunden umbaut, in einer ganz sauberen oder eine ganz saubere Arbeit macht und da sind wir sehr, sehr zufrieden. Apropos, wir bauen gerade ein Fahrzeug um, können wir uns gerne mal angucken. Na gut, lasst uns los gehen.